Meine Damen und Herren, erstmal ist es mir leid für die Windgeräusche, ich nehme das ganze hier am Skatepark auf. Was nehme ich hier eigentlich gerade auf? Erstmal mein T-Shirt, das ist relativ aus dem T-Shirt. Gibt es leider nicht zu kaufen, ich bin noch nicht monetarisiert. Was gibt es hier heute eigentlich? Und zwar gibt es was zu bedanken. Und zwar vielen lieben Dank heute für 1200 Abonnenten. Es sind tatsächlich schon 1200 Abonnenten. Es ist eine krasse Zeit. Ich mache es seit fast 2 Jahren YouTube und es sind einfach schon 1200 Abonnenten. Es ist krass, danke Leute. Danke Leute. Ihr seht schon, mein Roller steht hinter mir. Ich stehe hier am Skatepark, was eher nicht üblich ist für Abonnenten-Specials. Was jedoch bedeutet heute kommt was sehr spezielles hier vom Skatepark. Und zwar, vielleicht habt ihr das Video von gestern gesehen und nicht über diese Rampe gefunden. Wie wir, ja, also ich glaube viel zu viel Scheiß eigentlich. Also, vielen lieben Dank für 1200 Abonnenten. Und sonst machen wir es heute so. Ja, vielleicht habt ihr mein 800 Abonnenten-Special gesehen. Da bin ich 8 Mal mit einem Dreirad in eine Hügel runtergefahren. Und zwar geht es heute tatsächlich darum. Ich habe überlegt, ob ich es 120 Mal mache und eine Null wegkürze. Aber ich habe mich dazu entschieden, ich mache es 12 Mal. Und zwar fahre ich 12 Runden hier am Skatepark. Also ihr seht gerade nur die große Rampe. Da vorne, da ist ja noch viel mehr. Ja, ja. Dann würde ich jetzt noch sagen. Viel Spaß. Das ist ja Koffeln. Ciao. Thank you so. Ciao. 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 schön, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020